Hey Leute, was geht ab? Ich will jetzt Timmy freuen, aber was ganz, ganz schlimm ist, ist passiert, weil schaut euch mal das an. Papagei wurde von Snoopy erschlagen und ich weiß genau, dass Snoopy das war. Snoopy, du Blödmann, ich weiß, du hast mein Papagei gerade erschlagen, warum machst du sowas? Was für Wurf, Wurf, Junge, warum hast du mein Papagei erschlagen? Das macht man nicht. Ja, dein Papagei, ich sag dir ehrlich, schönes Essen. Hier liegt sogar noch eine Feder, ja okay, die ist jetzt weg. Junge, das ist gar nicht witzig, ich hab die Feder hier bei mir, Alter, du Ekelhafter. Und deswegen genau, hast du dein Item verloren, Alter, hast du, hast du überhaupt wieder? Stress oder was? Ey, sag mal ganz ruhig, du Kleiner, hast du dein Item wiederbekommen, du Blödmann? Ja, hier, guck mal in meiner Hand. Bro, das ist ein Gold ab, oder? Guck mal hier in meiner Hand, siehst du das? Das ist gar nicht so blöd, Mann, wo ist denn jetzt dein Schweinchen, hä? Soll ich dir was sagen? Soll ich dir was sagen, Bro? Dein Schweinchen ist weg, Alter, genau wie die Nase. Du bist gleich wieder, Alter! Ey, lass das sein, lass das jetzt gut sein, Alter, es reicht mir mit dir. Ey, ich glaube, es hackt bei dir. Ja, beruhigen, Alter, du kannst gut reden, hier, Alphasteinchen. Ey, weißt du was, Timmy, ich will dir was zeigen. Ich glaube, es hackt bei dir, Junge. Du willst mir was zeigen, Alphasteinchen. Aber halt Abstand, das wissen nicht viele. Ja, ich halte Abstand. Ich habe den Furt, ne? Ja, was ist damit? Und weißt du, was ihr jetzt noch habt, Timmy? Ja. Das geht doch gar nicht. Ey, warte mal, du hast da zwei... Alter! Ey, ey, ey. Ähm. Du mein Timmy, ich weiß, wie man weiß. Ähm, was hast du da für einen Anzug an? Ey, warte, ich habe keine... Tim, warte, lass mich nicht drauf gehen, oh mein Gott. Was ist das für ein Anzug, Junge? Ich bin ein Steinchen auf dem Steinchen. Sieht scheiße aus. Bro, das ist ja... Du bist so neidisch, Snoopy. Guck mal, Steinchen ist auf dem guten Weg, während du die ganze Zeit nur Umsinn machst, ey. Steinchen hat langsam verstanden, dass das macht nicht das Einzige. Aber denkst du, wer du bist, Junge? Komm mit jetzt, du kommst mit. Mit, komm. Mit, komm. Wohin denn? Mit, komm. Ich habe die Überraschung für dich. Wie, du hast eine Überraschung für mich? Und welcher ist das? Komm mit, komm mit, komm mit. Äh, okay, dann gut, dann komme ich halt mit. Und wo ist da jetzt hingeflogen, der Blödmann? Hä? Da. Okay, und jetzt? Was soll ich machen? So, komm mal hin. Ja? Was soll ich hier? Guck mal, ich habe eine Kiste für dich vorbereitet. Eine Kiste? Und ich sage dir ehrlich, du wirst dich sehr freuen. Du wirst dir denken, Snoopy ist der Beste, okay? Aha, wo ist die Kiste? Ah, warte, falsch, falsch. Oh, Junge, wo ist jetzt deine Kiste? Komm mit, komm mit. Ey, Eiferscheinchen, weißt du, was der da von mir will? Nee. Aber ich sage dir ehrlich, Eiferscheinchen, ich bin stolz auf dich. Du hast dich wirklich gut gemacht. Ich komm mit, Junge. Was willst du denn? Lass mich mal mit Eiferscheinchen reden, ey. Ey, Mann, was ist mit dem los? Was ist da jetzt? Hör, hier ist eine Löw. Äh, wohin eigentlich? Ja, wo bist du denn? Ja, hier, hier, komm her. Die Überraschung. Ich sage dir ehrlich, vielleicht bekommst du ja auch ein Item. Oh, wie ich hatte, mein Schwein. Ich bin nur nicht bei mir Höhenkrieger anscheinend. Ähm, äh, äh, wo bist du? Äh, äh. Hä? Ach, da bist du. Ähm. Oh mein Gott, Creepard. Ich sage dir ehrlich, Bro. Ich gehe hier rein, ich gehe hier rein. Ja, 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 geh da rein, geh da rein, geh da rein, geh da rein. Einfach da reingehen. Ja, ist eine gute Idee auf jeden Fall. Alles gut, alles gut, alles gut, Bro. Ich sage dir ehrlich, Timmy, du gehst jetzt deine Spitzhacke. Oh, 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 oh. Ich gehe hier so schwer. Ich gehe hier die Spitzhacke. Ah! Ist das blöd? Hä? Ah, 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 ah. Okay, 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 was? Äh, schön, 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 Bro, schön, 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 schön. Gib, gib, gib jetzt da rein, gib mir deine Spitzhacke. So fort die mir jetzt, deine Spitzhacke. Warte, 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 Bro, warte. Ich muss kurz noch ein bisschen regenerieren. Hier, warte. Jetzt mach ich dich platt, Junge. Jetzt reicht es mir nämlich. Du willst sehen. Ich mach dich platt jetzt. Du bist sehen. Was? Du machst mich platt, Alter. Mach dich platt, Junge. Du machst mich gar nicht platt. Ich hab zwar einen Toten, weil ich so krass bin. Komm doch her, komm doch her. Ja, ja, trafst mich nicht, ne? Hier, platt mach ich dich, Junge. Du bist sehen. Hast du noch Leben? Hast du noch Leben, hä? Ich bin doch cool, Bro. Alles gut. Du bist gar nicht cool. Ja, aber warum hast du dann gegessen? Du ekelhafter, ha, 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 ha. Ich hab doch gesagt, ich nehme jetzt den Gold ab. Bro, warum hast du dann? Warum hast du dann? Du hast so einen Gold ab. Du hast so ein kleines Ekelhafter, Junge. Ja, Bro, guck mal an, wie er spielt, Bro. Du Ekel, Digga. Natürlich nicht so unfair. Ja, du fürcht. Geh da rein, Alter. Komm, geh da rein. Lass mich in Ruhe. Geh da rein, Junge. Komm da her. Komm du auch da raus. Ja, komm ich auch. Bro, kleines ekelhafters Kind. Komm da jetzt. Oh, hat das wehgetan. Hä? Tut das vielleicht weh? Du kleiner ekliger. Geh mal da runter. Geh mal da runter. Nein. Ey, Bro, das tut mir. Ja, das ist so ein... Kleiner ekliger Typ. Was willst du, Fabian? Jetzt gehst du ins Gefängnis. Warum soll ich ins Gefängnis gehen? Hä? Erzähl mir, warum ich ins Gefängnis gehen soll. Wie ist jetzt ins Gefängnis? Verstanden? Du reißt jetzt ins Gefängnis, Mann. Junge, was ist dein blödes Problem, Alter? Du hast dein Itemschub verloren. Es reicht langsam. Verzier dich jetzt. So, jetzt gehst du raus. Geh da raus jetzt. Geh da raus. Du gehst jetzt ins Gefängnis. Verstanden? Du lässt mich fertig sehen. Ruhe. Nein. Nein. Junge. Ja, Bro, lass mich jetzt in Ruhe, Alter. Was willst du von mir? Komm, du kommst jetzt. I guess ins Gefängnis. Ja, dann lass mich doch hier hoch, Alter. Ja, komm hoch. Du gehst jetzt. Gib mir deine Spitzsacke. Werft der mich, ey. Was? Ich habe keine Spitzsacke mehr. Doch, du hast eine Spitzsacke in der Hand. Nein, habe ich nicht. Guck so. Ja, okay. Du hast deine Spitzsacke verstanden. Ich glaube, deine scheiß Spitzhacke. Lass mich doch erst mal reingehen, du Blödmann. Deine Spitzhacke. Ja, lass mich doch reingehen und dann gucken wir. Gib mir jetzt deine Spitzhacke, Mann. Gib mir jetzt deine Spitzhacke. Ja, okay, warte. Er war so, um mich zu treffen. Nein, hab ich nicht, hab ich nicht. So, warte. Jawoll! So, warte, ich bin kurz. Warte, ich bin kurz. Ja, war nix, warte. Ich habe Platz. Warte mal. Ich habe noch einen Tod. So, warte mal, ich gehe kurz meine Todes. Oh, was heißt, wann ich? Kämpfen, hä? Versuch mich doch zu killen. Da ist gar nix drin. Da ist gar nix drin, oh Blödmann. Versuch mich doch zu killen, Bro. Warum soll ich dich killen, hä? Du spielst einfach nur Unfair, Junge. Ja, ja, wenn ich Unfair spiele, dann... Jetzt willst du deine Idels verlieren, Tobi, hä? Ja, okay, okay, stopp, 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 okay, 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 okay. Ja, okay. Okay, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Hab ich? Ja, du hast gewonnen. Hier, ich gehe rein. Gib mir deine Spitzhacke. Gib mir deine Spitzhacke. Sorry, ich bin gerade... Mir nervt der mich, Alter. So, geh in die Zelle. Wie soll ich da reingehen, wenn er zu ist, du Blödmann, hä? Denken kann er auch nicht, ey. Junge, anstatt du mit mir hilfst, Kiro auf den richtigen Weg zu bringen, nein, du machst so einen Crack. Guck dich mal an, Tobi. Wieder Subsidia. Was? Wieder Subsidia, dass du aufgesammelt hast. Warte, geh ein Stück zurück. Geh... Geh ein Stück zurück. Warte, warte doch, warte doch, warte. Ich mach jetzt hier. Ich hab's dir gegeben. Warte, warte, ich kann das erklären, ich kann das erklären. Ich mach's wieder weg. Ja, du machst das jetzt weg. Okay. Geh rein. Ja. Dankeschön. So. Ist kein Loch. Ach, da ist ja ein Loch. Da ist kein Loch. Hey, Mann, Niklas. Hey, warte doch, warte doch. Du kannst rausgehen, kannst rausgehen. Du kleiner, kleiner Hasen, bitte. Tut mir leid, tut mir leid, Junge. Ja, nenn mich Meister. Blöd, Mann. Nennst mich jetzt Meister, verstanden. Ich krieg das auch da. Nee. Du. Junge. Nennst mich jetzt Meister. Nenn mich mein Herr. Mach das jetzt weg, Alter. Bro, wieso wirst du mich dann einsperren schon wieder? Das macht doch gar keinen Sinn. Oh, du bist halt ein Nervensieger, Alter. Junge, wie kann man so nervig sein? Ich schreck das nicht. Ja, Junge, dann hast du mich jetzt halt eingesperrt. Okay, gut, wir sehen uns später, Snoopy. Ja, Bro, also wirklich. Ja, wir sehen uns. Ciao. Ich gehe weg. Tschüss. Tschüss. Blablabla, Blablabla. 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 Ja, du hast mich eingesperrt. Hier, guck doch. Ich komme nicht raus, du blöd, Mann. Ja, okay. Warum war da gerade was? Da wolltest du mich ein bisschen duschen, oder was? Nix, Junge, da ist nichts. Das geht doch einfach weg, Mann. Ich will hier jetzt in meiner Zelle sein, ey. Da ist doch alles zu hier. Siehst du? Ja. Kannst du mich jetzt alleine lassen, bitte? Lass mich überlegen. Hallo, raus aus meiner Zelle jetzt. Ich will meinen Frieden haben. Ich will meinen Frieden haben. Geh jetzt weg, ey. Auf damit. Okay, ich gehe zurück, ich gehe zurück, ich gehe zurück. Ey, ey, ey. Jetzt. Rein. Ja, dann bis morgen. Hau rein. Okay, ich mache jetzt Mittagsschlafen. Tschüss. Nein, das lässt du auch. Junge. Ich mache Mittagsschlafen. Tschüss. Nein, hallo. Was willst du denn von mir? So, jetzt lass mich schlafen. Okay, hau rein. Alter. Ich glaube, ich hacke ja bei dir, Mann. Was ist dein Problem, Mann? Denkst du auch, ich bin so doof? Denkst du, ich bin so doof, wie du sagst? Du bist so blöd, Alter. Nein, nein, nein. Jetzt weg, 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 weg. Wer ist hier? Weg, 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 weg. Ich bin gar nicht hier. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin auch gar nicht da. Bin ich da, wo du bist? Bin weg. Pass mal. Komm, wir ab. Komm, wir ab. Nee, den nervt, ja, ja. Komm, jetzt müssen wir weggehen. Ey, warum geht es auf Eifersteintchen? Was hat der denn gemacht, hä? Snoopy. Reicht es mir. Reicht es mir. Ey, vor allem der Typ dreht da so durch schon wieder. Reicht es mir, Mann. Reicht es mir, Mann. Reicht es mir, was war das? Ja, Freiheit. Freiheit. Junge, du Idiot. Ey, denkst du auch, dass du gegen mich eine Chance hast, hä? Okay, vielleicht hast du einen, aber trotzdem. Nervt er mich übertrieben. Ey, Eifersteintchen. Wir müssen einen Plan machen, wo wir die Kuro wieder normal machen, oder? Hä? Was ist du da? Nichts. Äh, ja, okay, dann lass es dir gut gehen. Wir sollten aber als Snoopy sein Haus ein bisschen durchsuchen, was er da alles drin hat, oder? Ja. Ja. Wenn er hier kriminelle Sachen drin hat, dann nehmen wir das alles mit. Konfiszieren wir das. So, mitkommen. Oha, eine Schalkerkiste. Noch eine Schalkerkiste. Der hat ja gar nichts, ey, der Blödmann. Was ist das eigentlich hier für ein Müllhaus, ey? Am besten soll das hier abgefackelt werden, das Haus. Hey, Timmy, Bro. Äh, oh, oh, pass auf. Ja? Warum ist er eigentlich kein Höllenkrieger mehr? Guck mal, ich sag dir ehrlich, weil ihr mich verbannt habt, aber ich bin Höllenkrieger. Ich bin der wahre Höllenkrieger. Ich bin nicht verbannt, Alter. Na ja, also, die Kiro und Snoopy haben mich verbannt. Hä, wie ist der Snoopy, Alter? Snoopy ist doch die unterste Schicht in der Gesellschaft, Junge. Ja, Bro, weil er komplett durchdreht, ey, weil er nur Blödsinn macht, weil er immer mehr Macht haben will und so. Und ich sag dir ehrlich, ich hab Snoopy sein Item weggenommen. Der ist doch nur ein Kind, Alter. Der ist doch nur ein Zehnjähriger, der ist, ey, so. Ja, der soll doch Zehn sein, ist mir egal, aber Bro, er ist einfach frech, weißt du, und das geht nicht. Warte mal, brennt sein Haus jetzt ab? Äh. Oh. Dein Haus brennt ab. Ich hab da eine Idee. Denkst du, das brennt auch ab? Denkst du, Snoopy wird sauer, wenn wir das hier mal so machen? Ich glaub, der merkt's nicht. Ich glaub, der merkt das auch nicht, Leute. Wir können ja hier schon ein bisschen Lava durchgräben. Wieso fließt das nicht raus? Fließt das jetzt raus? Was ist denn los? Oh mein Gott. Ich steppe, Emi. Ah, oha. Warte mal, kann eigentlich jeder das Item besitzen? Ja. Kannst du mir das auch geben? Kann ich droppen. Nein, niemals, als ob das geht, Junge. Das geht doch gar nicht. Also, ich kann's leider nicht droppen, Bro. Bade, ey, das wär aber richtig cool, ey. Ey, was wär eigentlich, wenn du noch mehr Items bekommst, ey. Stell dir mal vor, du hast das Item von Kiyu auch. Oh, Alter, ich hab hier schon zwei OP-Items. Und ich stell dir vor, ich bin noch die anderen OP-Items. Aber du musst das auch fürs Gute einsetzen, Alfersteintchen. Ich kann damit keine Anlosen-OP hinzu. Äh, das ist eigentlich ehrlich gut, ey. Ich sag dir ehrlich, du kannst meinen Plan umsetzen. Du kannst Dupi richtig fertig machen. Das ist nur wie der Lose, der Höhlenkrieger, Alter. Ich weiß nicht, warum der überhaupt noch Höhlenkrieger ist. Versteh ich auch nicht, ey. Eigentlich müsste man den wirklich mal verbanden oder so, weißt du? Ja, Kiyu ist süß, aber Kiyu ist süß. Ja, Kiyu ist süß und so, aber Bro, der dreht komplett durch. Er betet da irgendwelche Götter an und so. Ey, ich hab ne Idee, wo wir hingehen können. Folgt mir mal, ich hab da was gesehen vorher. Kommst du mit? Ja, ich würde was zeigen. Verdammt, ich hab's verloren, ey. Tut mir leid, Mann. Los, wir biegen zurück, ey. Verdammt, Mann, wo war das? Freunde, war irgendwo so ein Eingang zu Shotower, ey. Wo ist der? Weißt du, wo der Eingang ist? Ja. Das ist doch die Kiyu sein neues, keine Ahnung was, ey. Noch nie gehört. Shotower kennst du nicht? Ne. Bro, wer Shotower nicht kennt, ey, das ist ein ganz gruseliger, ey. Von dem sollte man sich fernhalten, sag ich dir ehrlich, ey. Warte mal, vielleicht sind hier Hinweise zu Kiyu bei seinem Haus. Bro, was hat der da überhaupt alles drin hier? Warte mal, hier ist irgendwas? Ne, da ist auch nichts. Er meinte, er hat irgendwie so vor ein paar Tagen ein Dings bekommen, so Koordinaten und so, dann ist er da hingegangen und hat da irgendwie was gefunden. Ey, der Typ ist doch verrückt, Mann, der dreht ja voll durch, ey. Junge, der kann doch nicht so viele Hühner einfach einsperren, das geht nicht. Ich werde schon herauslücken, was er da macht. Ja, die müssen wir freilassen, sag ich dir ehrlich. Genau, Alter, das geht nicht. Ja, ich lasse jetzt frei, Junge. Ja, okay, wir lassen die frei. Ihr seid alle frei, Hühner. Ihr könnt alle gehen. Warte mal, vielleicht können wir so Kiros Macht wegnehmen, wenn wir seine ganzen Josefs fertig machen. Die sind so geil, Junge, ich liebe Chicken Wings. Chicken Wings sind richtig lecker, ey, aber die schmecken eigentlich nur, wenn man Meere davon hat. Wo ist denn, nein, die Papageien musst du in Ruhe lassen. Ja, ey, warum? Weil Papageien cool sind, die musst du in Ruhe lassen, ich mag die. Hast du auch eine Papagei? So, mal gucken, was Kiro davon hält, wenn wir seine ganzen Chikens fertig machen, ey. Ja, ich hatte ja auch einen Papagei, aber es tut wieder blöd, man hat die fertig gemacht. Oh, weg mit diesen ganzen Hühnern hier. Wir befreien euch. Wir befreien euch von der Plage der Hühner, ey. Weg damit. Hier ist ein Hund, ich habe auch den Hund geklatscht, wie es los ist, Hario. Äh, wieso hast du einen Hund weggemacht? Der ist ja lecker aus. Äh, ist er jetzt wirklich weg, oder was? Ja. Oh, oh, das gibt Ärger. Egal, weißt du was, Eifersteinchen, wenn du mir nicht, kannst du mir nicht irgendwie helfen, so mit diesen Shuttawa was zu klären? Ja, hier ist ein Buch. Hä? Was ist das für ein Buch? Was steht denn da drin? Führte von Shuttawa. Hä? Ich muss wegziehen mit Tschüss. Wo hast du das gehört? Bewahre die Seenachs, um Beule zu leeren, dass er uns braucht, in finsteren... Hä? Halt die Axt, bis die Seen erwachten, sammle... Alter, was ist das? Meine Stärke wächst aus ihrem Leid, was ein Seen befreit, Stärke mich gibt macht durch die Seen... Alter, was ist das? Durch die Seen, Stärke, lass mich wachsen. Junge, das ist übel, gruselig, Alter. Wir sind auf jeden Fall weiterhin der Sache auf den Fersen, Freunde. Und ich sage euch ehrlich, das Gute ist, Eifersteinchen ist auf unserer Seite, Freunde. Der, dem können wir langsam ehrlich vertrauen. Und Stoopy ist schon wieder am durchdrehen, aber der ist ein bisschen paranoid, weil er sein Item verloren hat, der Blödmann. Ist aber auch egal, Freunde. Ich komme diesen ganzen Geheimnis mit Shuttawa immer weiter auf die Schliche. Und das Gute ist, auch mit Moni läuft es eigentlich gerade sehr, sehr gut. Das heißt, wenn es so weitergeht, sind wir auf jeden Fall dabei, die Höllenkircher wieder zu dem machen, was sie einmal waren. Nämlich, ich bin der Höllenkircher-Clan, ey. Das andere sind die Fake-Höllenkrieger, Junge. Die wissen nicht mal, wie man richtig Höllenkircher schreibt, ey.